Hallo und Willkommen! Auf dem Kanal Sky Bundesliga HD können Sie das Spiel live verfolgen des 32. Spieltags der Bundesliga, FC Köln, SC Freiburg, diesen Samstag, 4. Mai 2024, um 18.30 Uhr nehmen. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!